Hallo, mein Name ist Bernhard Eichner. Ich bin der Autor von Totenfrau und Totenhaus, der Blum-Trilogie, die ich euch am 15. April im Museumsquartier um 20.15 Uhr in der Halle E vorstellen darf. Meine Heldin, sie ist Bestatterin, sie ist liebevolle Mutter zweier Kinder, aber sie ist auch eine Mörderin, eine sympathische Mörderin, die ich euch gerne vorstellen werde. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank.